Ich darf mal kurz stören, Horst Kasallik von der Firma Kasallik Guillotine Wasserscheißer aus Berlin, das ist mein Kollege Jürgen. Tag, schön. Voll net. Wir haben hier soeben in den Schloss das erste Wasserklosett auf der ganzen Welt eingebaut. Die Installationen sind soweit abgeschlossen, jetzt gibt es eine Jute und eine schlechte Nacht. So, die Jute ist, das ist für Sie feine Herrschaften, ab sofort nicht mehr vonnöten in Jaten hinter den Busch zu kacken. Das ist ja schon erstmal dufter, wa? Monsieur, Sie stören. Ne, das war die Jute-Nachricht. Was jetzt kommt, ist nicht ganz unwichtig. Die schlechte Nachricht ist, weil ich natürlich wissen wollte, ob der Apparatschick auch einwandfrei funktioniert, habe ich vorhin eine ordentliche Testwurst in die Schüssel installiert. Ich kann Ihnen flüstern, so klein war die jedenfalls nicht. Ja, so ist es, danke, Jürgen. Und damit ging der Ernst der Ärger ja los. Monsieur, bitte gehen Sie jetzt. Wir den Nieren, das passt wirklich nicht hierher. Sie müssen doch bestimmt auch mal groß, hm? Deshalb möchte ich Sie für die Zukunft bitten, dass Sie kein Papier mit runterspülen, weil... den Fehler hab ich jetzt schon gemacht. Ja, und hinterher war alles verstoppt und ich musste bis zur Schulter in das Rohr rin. Ich rufe jetzt die Palastwache. Jute Idee. Ihre Angestellten können sich das auch gleich verklickern, wenn die Mannesalami abseilen müssen. Ich musste vorhin alles mit den Pfoten wieder ausbaggern. So, und genau das Malheur will der Chef Ihnen ersparen, daher die kleine Durchsage wahr. Jetzt haut mal rein, Leute. Ah, guten Appetit. Man könnte auch mal Danke sagen. Kann sie vergessen. Keine Manieren.